Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1237. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir schicken unseren Freunden ein Foto, damit sie wirklich glauben, dass wir hier waren. Wir schicken unseren Freunden ein Foto, damit sie wirklich glauben, dass wir hier waren. Irgendwann taucht auch für mich der richtige Mann auf. Bisher habe ich ihn leider noch nicht gefunden. Irgendwann taucht auch für mich der richtige Mann auf. Bisher habe ich ihn leider noch nicht gefunden. Irgendwann taucht auch für mich der richtige Mann auf. Bisher habe ich ihn leider noch nicht gefunden. Mein Hund liebt Tennisbälle. Ich werfe sie und er freut sich, wenn er sie wieder zurückbringt. Mein Hund liebt Tennisbälle. Ich werfe sie und er freut sich, wenn er sie wieder zurückbringt. Mein Hund liebt Tennisbälle. Ich werfe sie und er freut sich, wenn er sie wieder zurückbringt. Ich habe ein paar gute Ideen für dich. Ich habe ein paar gute Ideen für dich. Schauen wir sie uns gemeinsam an. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und ich frage mich oft, wie sie wohl sein wird. Ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Bevor ich eine Entscheidung treffe, möchte ich noch einmal nachdenken. Bevor ich eine Entscheidung treffe, möchte ich noch einmal nachdenken. Ich verwalte meine Aktienanlagen mit meinem Smartphone. Ich verwalte meine Aktienanlagen mit meinem Smartphone. In unserem Kinderzimmer steht ein Zelt. Als nächstes kaufe ich ein Haus für mich und meine Familie. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich zeige dir, wie du beim Ballett deine Hände und Arme richtig hältst. Schon als kleiner Junge habe ich mit meinen Brüdern Basketball gespielt. Ich bin sprachlos. Es war die richtige Entscheidung, heute hierhin zu gehen. Ich bin so glücklich. Es war die richtige Entscheidung, heute hierhin zu gehen. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja unglaublich. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja unglaublich. Ich bezweifle. Ich bezweifle, dass es klappt, aber ich werde es trotzdem versuchen. Gib zu, du hast nicht damit gerechnet, dass ich so lange auf dem Surfbrett stehen bleibe. Der Schäferhund beobachtet seine Umgebung sehr aufmerksam. Er wurde für besondere Aufgaben ausgebildet. Hier im Hochland fühlen sich nicht nur Rinder wohl. Ich kann mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. Hier im Hochland fühlen sich nicht nur Rinder wohl. Ich kann mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. Ich kann mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. Meine Hühner haben es gut. Sie bekommen ihr Futter direkt aus meinen Händen. Meine Familie sagt, dass meine Kuchen besser schmecken als gekaufte Kuchen. Beim neuen Lehrer ist der Unterricht viel interessanter als früher. Ich gehe sehr gerne zur Schule. Beim neuen Lehrer ist der Unterricht viel interessanter als früher. Ich gehe sehr gerne zur Schule. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Ich gehe sehr gerne zur Schule. Ich gehe sehr gerne zur Schule. Vielen Dank.